Dieser Ford Tourneo mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der schwarze Transporter ist fünftürig, bietet Platz für acht Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über ein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, ESP, elektrische Sitze, Wegfahrsperre, Navigationssystem und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester auf Lager Bester Bester Uib